Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 30. Mai. Heute geht es um die Gefahren von blindem Vertrauen in KI. Außerdem Umstrukturierung bei Konrad, Nintendo geht gegen einen Emulator vor, betrügerische Zinsangebote und Arztbesuche per Video. Beim Erstellen der Klageschrift gegen eine Fluggesellschaft hat sich ein US-Anwalt auf Chat-GPT verlassen und damit einen peinlichen Fehler begangen. Der Mandant des Advokaten hatte Schmerzensgeld gefordert, weil er von einem Servierwagen angefahren worden war. Chat-GPT lieferte dafür eine ganze Reihe Präzedenzfälle, inklusive Aktenzeichen und sogar Auszüge aus den jeweiligen Dokumenten. Als die AnwältInnen der Airline die Fälle prüfen wollten, stellte sich heraus, dass der Chatbot alles bis ins kleinste Detail erfunden hatte. Dieses als Halluzinationen bezeichnete Phänomen tritt gelegentlich bei KI-Bots auf, wenn sie keine passende Antwort haben, aber trotzdem helfen wollen. Ergebnisse müssen deshalb eigentlich sorgfältig geprüft werden, was der Anwalt aber unterlassen hat. Ein schwerer Fehler, wie er jetzt selbst einräumt. Ralf Bühler, Chef des Familienunternehmens Konrad Electronic, hat im Interview mit dem Handelsblatt über die Umstrukturierungsmaßnahmen der letzten fünf Jahre Bilanz gezogen. Dem Anbieter von teils spezialisierten Elektronikwaren ist es gelungen, vom Verkauf an EndverbraucherInnen auf ein Geschäftsmodell umzusteigen, das zu großen Teilen auf B2B, also Business-to-Business, basiert. Durch das Einsparen der Filialen und eine veränderte Marketingstrategie konnte Konrad über die Corona-Pandemie hinweg bestehen und verzeichnet heute einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro. PrivatkundInnen können immer noch online auf das große Angebot zugreifen. Der Schwerpunkt liegt aber beim Verkauf an kleinere, mittelständische Unternehmen. Grund für die Umstrukturierung war die starke Konkurrenz durch riesige Online-Warenhäuser wie Amazon. In Sachen Copyright lässt Nintendo nicht mit sich spaßen. Vor allem, wenn der Gaming-Konzern seine Gewinne gefährdet sieht. Deswegen mussten die Entwickler des Dolphin-Emulators laut eines Blog-Beitrags jetzt ihr Produkt von Steam entfernen. Die Software macht es möglich, Wii- und Gamecube-Spiele auf dem PC zu spielen. Obwohl das prinzipiell erlaubt ist, behauptet Nintendo, bei einigen technischen Details handle es sich um illegale Praktiken, die die Eigentumsrechte des Unternehmens gefährdeten. Mit Berufung auf den Digital Millennium Copyright Act hat Nintendo einen Unterlassungsanspruch erwirkt, der von den Dolphin-Entwicklern nicht anfechtbar ist. Das könnte weitreichende Konsequenzen für die ganze Emulatoren-Szene nach sich ziehen. Die Zinsen bei Tages- und Festgeld steigen gerade immer weiter an. Das nutzen BetrügerInnen aus und knöpfen ihren Opfern das Ersparte ab. Derzeit bieten Banken oftmals bis zu 3% Zinsen auf Tagesgeld, auf Festgeld sogar teilweise 3,75%. Allerdings in der Regel nur für NeukundInnen. Wer sich aber auf die Suche nach einem guten Angebot begibt, sollte vorsichtig sein. Besonders gute Konditionen, schon ab Zinsen von 4,25%, können darauf hinweisen, dass es sich um ein nicht seriöses Angebot handelt. Die VerbrecherInnen arbeiten mit täuschend echt wirkenden Websites und Antragsformularen, um arglose SparerInnen dazu zu bringen, ihnen ihr Geld zu überweisen. Sind die Vermögenswerte erstmal auf dem Konto der BetrügerInnen gelandet, werden sie abgehoben und ein Kontakt mit der angeblichen Bank ist nicht mehr möglich. Um Angebote zu prüfen, empfiehlt sich eine genaue Recherche, zum Beispiel in entsprechenden Auflistungen der Stiftung Warentest oder der Unternehmensdatenbank der Bafin. Auch unzureichende Identifikationsmaßnahmen bei der Kontoeröffnung sollten KundInnen aufhorchen lassen. Ein britischer Journalist des Magazins The Register hat seinen gebrochenen C per Videosprechstunde untersuchen lassen und teilte seine Erfahrungen jetzt in einem Artikel. Sein Fazit? Bei Fällen wie dem seinen, wo eine besonders genaue Untersuchung nicht notwendig sei, könne die Beratung per Videocall eine gute, stressfreie Alternative zu einem echten Arztbesuch darstellen. Wichtig dabei, das nötige Equipment. So half eine externe Kamera mit langem USB-Kabel dem Patienten dabei, den ÄrztInnen einen guten Einblick zu ermöglichen, ohne sich vor dem Laptop verrenken oder das Gerät umständlich herumjonglieren zu müssen. Der Journalist vermiet damit mehrere Stunden Wartezeit in einer Spezialklinik, inklusive Anfahrt und Parkplatzsuche. Das war's schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de. Das war's schon wieder mit dem T4N Diablauf. Untertitelung des ZDF, 2020